also ich will nur mal eine sache sagen und zwar sieht es wie folgt aus ich bin hier am liegen ich konzentriere mich auf diverses anderes und nur weil irgendeiner und ich meine wirklich irgendeiner irgendwo irgendetwas sagt okay und ich irgendwie in eine sache reingezogen mit der ich auch überhaupt nicht in irgendeiner art und weise irgendwas zu tun habe wenn ich jetzt hier voll gespammt und gesagt der marmel was hast du dazu was hast du dazu guck mal es ist mir vollkommen egal okay es ist mir latten es ist mir vollkommen egal es ist mir so egal dass ich keine worte dafür finde guck mal diese internetwelt ist so behindert geworden ist so behindert geworden dass mich jegliches was im internet gequatscht wird oder auch im internet erzählt wird einfach einfach nicht stört okay einfach nicht juckt und mir scheißegal wo die leute herkommen oder wo sie sagen dass sie herkommen oder wo sie auch behaupten dass sie nicht herkommen ich kann noch eins dazu sagen wir egal wen ihr da zu meinem umfeld dazu zählt ihr kennt mich ja lange noch wir haben noch nie im leben irgendwen in stich gelassen okay und das wird auch so bleiben okay und nur weil irgendjemand was anderes sagt wir wurden noch nicht im stich gelassen so wir wurden noch nicht im stich gelassen und unser geld deswegen bitte macht eure streitigkeiten wie ihr wollt macht wenn irgend einer hat was zu klären bitte kontaktiert und spricht uns an und wir werden wir werden uns dann